World Cup 21. Juni 2014 Argentina vs Iran Kommentar von deseltsam Kenzi Video Argentina ist gegen Bosna mit einem 2 zu 1 Siege startet und muss nunmehr gegen den Iran antreten. Der Iran hat gegen Nigeria ein 0 zu 0 erzielt, dürfte aber dem starken Gegner Argentina nicht gewachsen sein. Deshalb gehe ich davon aus, Argentina wird dieses Match gewinnen. Untertitelung des ZDF, 2020